Johann Wilhelm Snellmann war ein finnischer Philosoph, Journalist und Staatsmann. Als in der Tradition Hegels stehender Denker und engagierter Journalist hatte er erheblichen Anteil an der Entwicklung eines finnischen Nationalbewusstseins, als dessen Ausdruck auch die finnische Sprache eine neue Wertschätzung erfuhr. Als Mitglied des finnischen Senats erreichte er die währungspolitische Unabhängigkeit Finnlands und erzielte einen Durchbruch auf dem Weg zur Anerkennung des finnischen Alsamtssprache, Leben, Jugend und Studium. Johann Wilhelm Snellmann wurde am 12. Mai 1806 in Stockholm als Sohn des aus dem westfinnischen Poyanmar stammenden schwedischsprachigen Seekapitäns Christian Henrik Snellmann geboren. Als Finnland im Jahr 1809 an Russland fiel, entschied sich die Familie für eine Rückkehr in die Heimat und siedelte sich 1813 im schwedischsprachigen Kokola an. Ab 1816 besuchte J.V. Snellmann die allgemeine Schule im finnischsprachigen Ulu. Hier erlernte Snellmann, dessen Muttersprache schwedisch war, die finnische Sprache. Im Jahr 1822 begann er sein Studium an der Kaiserlichen Akademie zu Turku, welche nach dem Brand Turkus von 1827 nach Helsinki verlegt wurde. An der Akademie studierte Snellmann zunächst Theologie, später Philosophie sowie Geschichte, Griechisch, Latein und Literatur. Über seine Lehrer Adolf Ivar Avicen und Johann Jakob Tengström kam der junge Snellmann in Kontakt mit der Philosophie Hegels, welche er bald zur Grundlage seiner eigenen Philosophie machte, jedoch eigenständig weiterentwickelte. Während seiner Studienzeit kam Snellmann in engen Kontakt mit einer Gruppe von Studenten, deren Mitglieder später zu den einflussreichsten Förderern der finnischen Kultur gehören sollten. Mitglieder dieser sich als Samstagsgesellschaft bezeichnenden Gruppe waren unter anderem Johann Ludwig Gruneberg, Zacharias Torpelius, Johann Jakob Nervander und Friedrich Zygneus. Unbequemer Denker im Jahr 1831 schloss Snellmann sein Studium der Philosophie ab und stellte 1835 seine Dissertation über die Philosophie Hegels fertig. In den folgenden Jahren wirkte er als Dozent an der Universität Helsinki, geriet aber wegen seiner Betonung der akademischen Freiheiten wiederholt unter Druck. Im Jahr 1839 verlor Snellmann seine Dozentenstelle, nachdem er sich geweigert hatte, auf Weisung der Universitätsverwaltung das Amt des Kurators in der Studentenschaft von Nordpoyanmar anzunehmen. Snellmann vertrat die Ansicht, die Studentenschaft müsse ihren Kurator selbst wählen können. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst der Universität reiste Snellmann nach Tübingen in Deutschland, wo er mit den Schülern des zehn Jahre zuvor verstorbenen Hegel zusammentraf, insbesondere mit Jakob Friedrich Reif, der mit seinem Anfang der Philosophie eine Synthese von Alt- und Junghegelianismus versuchte, und David Friedrich Strauss, welcher soeben mit seinem Verb das Leben Jesu kritisch betrachtet ein erhebliches Aufsehen erregt hatte. Snellmanns hier verfasstes deutschsprachiges Werk Versuch einer spekulativen Entwicklung der Idee der Persönlichkeit, in welchem er die Thesen Strauss zum Entsetzen konservativer Kreise nicht verwarf, brachte ihm in Schweden und im Heimatland den Ruf eines gefährlichen Radikalen ein. Im Herbst 1841 ging Snellmann nach Stockholm, wo er 1842 sein Hauptwerk Staatslehre verfasste, welches auch in Finnland veröffentlicht werden durfte und mit 442 verkauften Exemplaren bis Juli 1843 einen erheblichen Verkaufserfolg erzielte. Eine der Kernthesen des Werkes war, dass Finnland sich durch die Entwicklung der eigenen Sprache und Kultur einen Platz in der Mitte der Völker erwerben müsse. Für Snellmann war die Etablierung eines finnischen Nationalbewusstseins die einzige Möglichkeit zur Abwendung einer Rassifizierung. Nach seiner Rückkehr nach Finnland im Jahr 1842 stellte Snellmann fest, dass sein durch seine Schriften erworbener Ruf ihm eine Anstellung in den gewünschten Positionen in der Hauptstadt praktisch unmöglich machte. Schließlich nahm er die Stelle des Rektors der Volksschule in Kuopio an, welche er bis 1849 inne hatte. Während dieser Zeit widmete er sich auch intensiv der Förderung der finnischen kulturellen und politischen Entwicklung durch die Herausgabe. Verschiedener Zeitungen in schwedischer und finnischer Sprache. So dann kehrte er nach Helsinki zurück und arbeitete, nachdem sich ein akademisches Amt aufs Neue als unerreichbar erwiesen hatte. Bis 1856 als Büroangestellter Professor und Staatsmann mit der Thronbesteigung des Zaren Alexander II. Im Jahr 1855 entspannte sich das Umfeld für die Tätigkeit Snellmanns merklich. Außerdem erhielten die Lehren Snellmanns für die infolge des verlorenen Krimkrieges geschwächten russischen Herrscher eine neue Bedeutung. Insbesondere im Hinblick auf den erstärkten Skandinavismus musste der Zar befürchten, dass sich Finnland wieder verstärkt Schweden zuwendet und eine Ablösung vom Zarenreich anstrebt. Die Hervorhebung der finnischen Nation und Sprache galt nun als willkommenes Mittel zur Abwehr dieser Gefahr. 1856 wurde Snellmann ohne formelles Bewerbungsverfahren auf den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Helsinki berufen. Als Professor betonte Snellmann die Freiheit der wissenschaftlichen Überzeugung und der bürgerlichen Bildung, wirkte aber zugleich mäßigend auf seine Studenten ein. Er erwarb sich in dieser Zeit das Vertrauen Alexanders II und wurde schließlich 1863 zum Mitglied des finnischen Senats der damaligen Regierung des Landes bestellt. Er übernahm das Amt des Vorsitzenden der Finanzkommission eine dem heutigen Finanzminister vergleichbare Position. Als Anerkennung für seine Dienste erhob Alexander II. Snellmann 1866 in den Adelsstand. Zwei Jahre später schied Snellmann aus dem Senat aus, nachdem er sich in der Folge eines Streites um Detailfragen des Baus der Eisenbahnverbindung nach Sankt Petersburg mit Generalgouverneur Nikolai Adler Berg überworfen hatte. Nach seinem Ausscheiden aus dem Senat war Snellmann noch in verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Ämtern tätig und war von 1870 bis 1874 Vorsitzender der finnischen Literaturgesellschaft. Johann Wilhelm Snellmann starb am 4. Juli 1881 auf seinem Landsitz in Kirkonomi. Leistungen Philosoph Als Philosoph stand Johann Wilhelm Snellmann fest auf dem Boden des Idealismus von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Von welchem ausgehend er seine eigene Staats- und Gesellschaftsphilosophie entwickelte. Bereits in seiner lateinischen Dissertation Akademische Dissertation zur Verteidigung des Absolutismus des Systems Hegels verwarf er einerseits gegen Hegel gerichtete Angriffe und richtete andererseits das Augenmerk auf den Begriff der Persönlichkeit. Diesen Ansatz vertiefte er in seiner Schriftversuch einer spekulativen Entwicklung der Idee der Persönlichkeit. Die Schrift war im Spannungsfeld der unter den Erben Hegels neu entstandenen Gegensätze zwischen den sogenannten Junghegelianern und den Althegelianern entstanden. Sie stand insbesondere im Zusammenhang mit der von David Friedrich Strauss vorgebrachten Kritik an der historischen Person Jesus und dem durch diese ausgelösten Entrüstungssturm unter konservativeren Hegelianern. Hegelianern Snellmann verwarf die von Strauss vertretenen Thesen nicht. Gott existiere nur in Menschen, die die Grenzen ihrer Individualität überschritten, die Bräuche ihres Volkes annehmen und zum Wohle der Nation förderten. Den Gedanken einer unsterblichen Seele hielt Snellmann für eitel und selbstsüchtig. Strauss und die Junghegelianer kritisierte Snellmann aber dafür, dass sie der konkreten Persönlichkeit nicht die gebührende Bedeutung zu mäßen. Diese Gedanken fanden auf konkretere Art ihre Fortsetzung in Snellmanns Hauptwerk Staatslehre, einer gesellschaftsphilosophischen Arbeit mit soziologischem Ansatz. In Anlehnung an Hegels Rechtsphilosophie teilt sich das Werk in die Abschnitte Familie, Gesellschaft und Staat. Die Familie diene der ethischen Erziehung der Kinder und der Weitergabe des nationalen Bildungsservice an die nächste Generation. In der bürgerlichen Gesellschaft unterwerfe sich der Mensch den als vernünftig verstandenen Gesetzen. Während der Mensch im Staat als höchster Entwicklungsform vom Zwang der Gesetzesbefolgung befreit sei, sein Verhalten stattdessen von patriotischer Bindung an die eigenständige Kultur der Nation geleitet werde. Die Begriffe der Nation und des Nationalbewusstseins stehen im Mittelpunkt der Philosophie Snellmanns. Das Volk erwirbt seine Nationalität als Ergebnis eines historischen Prozesses durch Entwicklung des Geistes, der Kultur und der Bildung. Zu einer eigenständigen Nationalität ist nur ein Volk mit einer eigenständigen Kultur fähig. Dies setzt das Vorhandensein einer gemeinsamen Sprache als Ausdrucksform der nationalen Bildung voraus. Die Sprache ist nicht nur Werkzeug zur Formulierung von Gedanken, sondern die nationale Denkweise ist in der gemeinsamen Sprache strukturell angelegt. Journalist die Erreichung eines finnischen Nationalbewusstseins sowie einer nationalen Kultur suchte Snellmann insbesondere durch die Herausgabe von Zeitungen zu fördern. Während seiner Zeit als Schulrektor in Kuopio begann Snellmann im Januar 1844 mit der Herausgabe der wöchentlich erscheinenden Zeitungsheim, welche sich zu der ersten kulturpolitischen Zeitschrift mit bemerkenswertem Einfluss auf das finnische Kulturleben entwickelte. Sie erschien in schwedischer Sprache und richtete sich an eine gebildete Leserschaft. Inhaltlich behandelte das Blatt Nachrichten, Bekanntmachungen, aber auch Gedichte und Erzählungen, Reiseberichte und Literaturkritiken. Die Lehren Snellmanns erhielten hier einen volkstümlicheren, dem breiteren Publikum zugänglicheren Ausdruck. Giesheim erreichte ein vergleichsweise breites Publikum. Mit einer Auflage von etwa 700 gehörte sie zu den vier Auflagenstärksten Blättern des Landes. Obwohl in der Seim keine tagespolitischen Geschehnisse kommentiert wurden, zeigten die kraftvoll formulierten Artikel eine freiheitlich-liberale Linie und erweckten bald auch die Aufmerksamkeit des russischen Generalgouverneurs Menchikow, auf dessen Befehl die Lizenz für die Seim schließlich Ende 1846 widerrufen wurde. Neben der schwedischsprachigen Seim war Snellmann an der Gründung des finnischsprachigen Blattes Marmien-Üsterfe beteiligt und 1843 bis 1844 dessen Herausgeber. Anders als die Seim konzentrierte sich der Marmien-Üsterfe auf die Vermittlung praktischer Ratschläge und grundlegender Bildung für die landwirtschaftliche Bevölkerung. Das Blatt fand einen noch größeren Leserkreis als die Seim. Sofort nach dem Verbot der Seim bereitet es Snellmann unter dem Namen seines Freundes Elias Lönnroth eine neue Publikation vor. Ab Mai 1847 erschien monatlich die Zeitschrift Literaturblatt für Eimen mit Burger League Bildning, in dessen ausführlichen Artikeln vor allem aktuelle Themen aus Wissenschaft und Literatur behandelt wurden. Auch das Literaturblatt erzielte eine beachtliche Auflage von rund 400. Snellmann gab die Führung des Blattes 1849 wegen seines Umzuges nach Helsinki, abübernahm sie aber erneut im Jahr 1855. Er widmete sich thematisch verstärkt der Modernisierung der finnischen Wirtschaft. Gleichzeitig wandte er sich gegen antirussische Tendenzen und vertrat die Auffassung, das finnische Volk könne nur durch Bildung, nicht aber mit Gewalt eine eigenständigere staatliche Rolle erreichen. Staatsmann nach seiner Berufung zum Senator im Jahr 1863 war Snellmann als Vorsitzender der Finanzkommission für den Staatshaushalt verantwortlich. Er war in diesem Amt mit erheblichen Problemen konfrontiert, da in seiner Amtszeit einige verheerende Ernteausfälle fielen. Dennoch gelang es ihm, die für die finnische Infrastruktur wichtige Bahnstrecke nach St. Petersburg zu finanzieren. Die wirtschaftspolitisch bedeutsamste Leistung Snellmanns war die Durchsetzung einer radikalen Währungsreform. Bereits 1860 war die finnische Mark als Zahlungsmittel eingeführt worden. Diese Neuerung war aber zunächst rein nomineller Natur, da das russische Papiergeld, welches gegenüber dem Silberrubel erheblichen Schwankungen unterworfen war, weiterhin gesetzliches Zahlungsmittel blieb. Snellmann leistete ab 1864 bei den russischen Regierungsbehörden beharrliche Überzeugungsarbeit, in deren Folge sah Alexander II. am 4. November 1865 die Kasekunden sogenannte Währungsmanifests unterzeichnete. Die Silbermark wurde zum einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel im Großherzogtum Finnland erklärt. Zwar blieb auch der Silberrubel gültig, aber das instabile russische Papiergeld musste nicht mehr angenommen werden. Die finnische Währung wurde der unter Aufsicht der finnischen Stände operierenden finnischen Bank unterstellt. Damit hatte Finnland währungspolitische Unabhängigkeit erlangt. Die zweite weit tragende Leistung des Senators Snellmann steht im Zusammenhang mit der Sprachpolitik. Gemäß Snellmanns Staatsphilosophie konnte die Entwicklung des finnischen Volkes zur Nation nur durch die finnische Sprache erfolgen. Zu Snellmanns Amtszeit war Schwedisch jedoch die einzige Amts- und Kultursprache Finnlands. Der Senat zeigte geringe Neigung an diesem Zustand etwas zu ändern. So beschloss Snellmann nach seiner Berufung zum Senator, die Sache unter Umgehung des Senats dem Zaren persönlich vorzulegen. Es gelang ihm eine Audienz im Rahmen eines Besuches Alexanders im finnischen Hemenlina zu arrangieren. Und am 1. August 1863 unterzeichnete der Zahl tatsächlich die vorgeschlagene Sprachverordnung, welche die Einführung des finnischen als Amtssprache innerhalb einer Übergangszeit von 20 Jahren anordnete. Bedeutung für die nach weit. Johann Wilhelm Snellmann ist dank seiner Staatsphilosophie und seiner staatsmännischen Leistungen zur Symbolfigur der finnischen Nationalbewegung geworden. Er gilt vielen Finnen als Wegbereiter der finnischen Unabhängigkeit, wenn er auch selbst eine staatliche Unabhängigkeit nie ausdrücklich angestrebt hat. Im Jahr 1906 zu Snellmanns hundertstem Geburtstag änderten rund 100.000 Finnen ihren schwedischsprachigen Nachnamen demonstrativ in eine finnischsprachige Entsprechung. Im fortdauernden Kampf um das Finnische als universitäre Lehrsprache versammelten sich 1928 alle finnischsprachigen Studentenschaften um die von Emil Wiegström und Eliel Sarinen entworfene Statue Snellmanns, die 1924 vor dem Gebäude der finnischen Bank in Helsinki enthüllt worden war. Als Vater der finnischen Mark war Snellmann im Jahr 1940 die erste historische Person, die auf einer finnischen Banknote, der damaligen 5000-Mark-Note abgebildet wurde. Der Geburtstag Johann Wilhelm Snellmanns der 12. Mai wird in Finnland seit der Unabhängigkeit als Tag des Finnentums gefeiert, an dem landesweit die finnische Flagge gehisst wird. Das Jahr 2006, in dem sich Snellmanns Geburtstag zum 200. Mai jährte, wurde im ganzen Land mit zahlreichen Veranstaltungen als Snellmann-Festjahr begangen. Schriften Das Werk J.V. Snellmanns umfasst insgesamt weit über 10.000 gedruckte Seiten. Im Folgenden eine Auswahl seiner wichtigsten Schriften Dissertatio Akademica Absolutismum Systematis Hegeliani Defensura Punkt Helsinki 1835 Versögtilfram Stellen in AF Logiken Helsinki 1837 Philosophiske Elementarkurs Punkt Stockholm 1837 bis 1840 Versuch einer spekulativen Entwicklung der Idee der Persönlichkeit Tübingen 1841 Irano M. Staten Stockholm 1842 Tüskland Skiltring a och om dömen von Onresa 1840 bis 1841 Punkt Stockholm 1842 De Spiritus et Materiam Relatione Helsinki 1848 Das gesamte Werk Snellmanns ist im Jahr 1998 in einer 24-bändigen Gesamtausgabe Sammlade Arbeten im Verlag Edita Publishing E. Helsinki erschienen. Im gleichen Verlag erschien 2005 eine vollständige finnischsprachige Übersetzung der Gesamtausgabe Code to Theoxid. Grat und Elat M. St